Servus, der Micha hier. Herzlich Willkommen bei uns auf dem Kanal und zu diesem kleinen Video. Wir sind auf dem Caravan Salon 2021 und wir sind auf dem Stand bei Vigo. Was es hier alles Schönes gibt, das seht ihr gleich nach dem Intro. Vigo kennt ihr bestimmt von der Rolli oder von anderen Vorzeltarten und dementsprechend wollen wir euch heute mal vorstellen ein kleines Zubehör für die Rolli. Und zwar dieses Sonnendach. Dieses Sonnendach, ihr kennt das ja alle von der Rolli, ihr habt hier diese Rolle, wo die Vorzeltgeschichte eingezogen wird. Da habt ihr oben noch so eine kleine Nut drauf und in diese Nut wird das kleine Vorzeltdach quasi eingezogen. Das finde ich persönlich sehr praktisch, denn wir selber haben es erlebt jetzt im Urlaub, da hat es geregnet und man steht jetzt im Eingang und von oben kommt das Wasser runter. Und dementsprechend ist man dann total nass. Und hier habt ihr die Möglichkeit mit diesem kleinen Regenvordach einen kleinen Schutz zu schaffen. Wird wie gesagt nur eingezogen und mit den Stangen, die hier rechts und links sind, dementsprechend einmal befestigt und abgespannt. Hier auf dem Messeaufbau haben die jetzt hier solche kleinen Querstangen reingemacht. Die könnt ihr optional bestellen, ist aber nicht nötig, wurde uns gesagt von Vigo, denn durch das Abspannen rechts und links ist das eigentlich schon fest. Ich finde das eine ganz praktische Sache. Wenn euch das interessiert, dann geht einfach auf die Webseite vigo-zelte.de Auch neu bei Vigo ist das Reisezelt, das mit Camouflage-Bedruck. Das ist ja was ganz Exklusives. Das hat man auch nicht überall. Da fällt man definitiv auf. Also wem das gefällt, dann auch bei Vigo Zelte bestellen. Angeblich gibt es das auch noch auf Wunsch, eventuell mit einer anderen Farbe. In Pink oder in Grün, wie ihr wollt. So, und da schauen wir nochmal weiter. Ganz neu im Sortiment haben wir jetzt noch gefunden von Vigo das Yannock Air. Das ist ein Luftvorzelt für Kastenwagen. Der Vorteil bei diesem Luftvorzelt ist, da gehen wir mal rein, es kann verschiedene Kammern sich andocken lassen. Wir haben hier wie so eine Art Schleuse. Ihr müsst euch vorstellen, hier hinten wo das Vigo-Logo ist, steht euer Kastenwagen. Dann habt ihr hier eine direkte Schleuse drin und habt den Kastenwagen quasi dadurch ein bisschen geschützt. Auch wenn ihr mal wegfahren wollt, könnt ihr das einfach die Schleuse zumachen. Vorteil ist, hier könnt ihr rechts und links, könnt ihr Anbauten ransetzen. Quasi ihr nehmt das einfach raus und macht dann einen Anbau dran. Somit ist das rechts oder links oder sogar nach vorne noch zu erweitern. Ja, ihr habt hier ein Kammerluftsystem. Das heißt, ihr habt an einem Anschluss, pumpt ihr auf und es geht dann in das jeweilige andere Luftrohr mit rein. Das ist das erste Luftzelt von Vigo. Es wird sicherlich auch im Bereich Caravan noch etwas geben, aber da sind sie noch dran. So, und dann haben wir noch das berühmte Traveller von Vigo in der Edition-Variante. Und zwar gibt es dazu noch vier Campingstühle und einen Tisch. Das ist ein voll eingezogenes Zelt. Ja, wir schauen mal rein. Also, sehr komfortabel. Man hat die Abspannstangen rechts und links. Und die Vorzeltstangen für das Dach. Mit Belüftungsöffnungen, damit auch immer schön durchgelüftet werden kann, um Staunässe zu vermeiden. Und das gibt es wie gesagt momentan mit einem Tisch und vier Stühlen. Das geht ab 1489 Euro los. Das könnt ihr auch zum 33. Geburtstag von Vigo mitbestellen. Dann danke ich euch, dass ihr kurz dabei wart. Bis später. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.